Du fragst, wie's mir geht. Ich sage, hm, was weiß ich? Du fragst, was soll das heißen, was ist los? Ach, ich weiß nicht. Schwer, das jetzt so kurz zu sagen. Ich bin nicht so negativ, wie mein Kontostand. Nicht so positiv, wie ein Blick übern Tellerrand. Aber kein großes Ding ist echt nicht so schlimm. Mir geht's nicht wirklich schlecht. Ich hab nur einfach gerade keine Lust zu leben. Und auch wenn das jetzt abgedroschen klingt. Ich hab gerade einfach nichts zu geben. Aber das ist nicht so dramatisch. Ist die Erde eine Kugel oder doch quadratisch? Keine Angst, ich wünsch mir nicht den Tod herbei. Nur ist mir mein Leben gerade einerlei. Und seit ein paar Tagen kann ich nicht mehr sagen, wer ich bin. Ich stelle mir Fragen. Wie soll ich ertragen? Nicht mehr zu wissen, ob ich gut bin oder nicht. Ist, wenn nicht mehr nett ist, automatisch schlecht. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll zu all den Leuten. Bin zu müde, mir die Lächelmaske vorzuhalten. Doch allein sein will ich auch nicht, das macht einsam. Mir war schon so lange nicht mehr wirklich warm. Und ich weiß nicht warum, ich hab doch so viel. Ich hab Freunde, hab Familie, hab nen Plan und ein Ziel. Hab manchmal sogar Zeit für mich. Nur was ich damit machen soll, das weiß ich nicht. Doch keine Angst, das ist nicht so dramatisch. Ist die Erde eine Kugel oder doch quadratisch? Mir egal, denn eigentlich bin ich zu müde, drüber nachzudenken. Ich bin nicht so negativ, wie mein Kontostand. Nicht so positiv, wie ein Blick übern Tellerrand. Und ist auch meine Welt grad echt quadratisch? Ist das doch alles nicht dramatisch?